Deutsch lernen mit Bildern Heute lernst du den Wortschatzkrankenhaus. Der Unfall Die Unfälle Der Autounfall Die Autounfälle Der Notruf Die Notrufe Der Krankenwagen Die Krankenwagen Die Notaufnahme Die Notaufnahmen Das Krankenhaus Die Krankenhäuser Die Ärztin Die Ärztinnen Der Arzt Die Ärzte Die Krankenschwester Die Krankenschwestern Der Krankenpfleger Die Krankenpfleger Das Krankenhauspersonal Das Krankenhauspersonal Die Krankenhäuser Der Patienten Die Patienten Die Patienten Die Patientinnen Der Schmerz Die Schmerzen Die Untersuchung Die Untersuchungen Den Blutdruck messen Die Ärztin misst den Blutdruck Die Medizin Die Tablette Die Tabletten Das Pflaster Die Spritze Die Spritzen Der Bruch Die Brüche Der Gips Die Gipse Die Krücke Die Krücken Der Rollstuhl Die Rollstühle Die Narkose Die Narkosen Die Narkosen Die Narkosen Die Operationen Das Krankenbett Die Krankenbetten Die Krankenbetten Die Besuchszeit Die Besuchszeiten Wusstest du, dass sich neue Wörter am besten einprägen, wenn du sie wiederholst? Schaue die Videos so oft, bis du die Wörter verinnerlicht hast. Die Küchst Die McKimmel Die medizin Die B mint